Das Extremkletterer Mustang Wanted aus der Ukraine selbst sehr großen Respekt vor seinem Hobby hat, zeigt sich auf seiner Webseite. Dort warnt er sehr eingängig davor, dass man seine Stunts in keinem Fall nachmachen sollte. Die beste Abschreckung dürften allerdings die Videos seiner Extremklettertouren selbst sein. Aktuell hat er wieder eines veröffentlicht. Dieses Mal sieht man Mustang Wanted beim Beklettern einer Brücke. Und wieder stockt einem beim Betrachten der Bilder regelmäßig der Atem. Mustang Wanted ist Hoofer, klettert also für den bloßen Adrenalinkick auf Hochhäuser, Kirchtürme und Brücken. Das Risiko, bei einem seiner Stunts ums Leben zu kommen, schreckt ihn offenbar nicht. Auf seiner Facebook-Seite schrieb er einst, jeder stirbt, aber nicht jeder lebt so, wie er es möchte. Mustang Wanted will offensichtlich so weiterleben, mit einem Schritt immer über dem Abgrund.